So, die ganze Ecke hier, das ist immer noch alles so schön, das ist ein furchtbares Wetter, das ist ja echt gut, das ist ja eben fast noch besser, das hätte so getrunken, ich habe jetzt am links noch ein paar Zigaretten getrunken, ich würde vielleicht von morgen noch ein bisschen was ich glaube, wir werden mal schauen, ob das hingeht, weil die Conny, die morgen da ist, ist nicht so krickelt, dass mir die Birgit noch mal einiges lieber zu sagen wird, noch mal einiges. Pesto haben wir jetzt gemacht, Basilikum Pesto mit Basilikum aus dem eigenen Garten, ja. Ich glaube, jetzt hier eben schnell noch ein Bier trinken oder sowas, mit eben schnell ein bisschen, momentan zur Zeit nicht mehr, weil mir ganz einfach die Kohle ausgeht, langsamer, weiß ich, naja, so ist es halt, so, und jetzt sage ich erstmal wieder Bye Bye für den Augenblick, Bis dann, Bye. Bis dann, Bye. Bis dann, Bye.